Liebe Zuschauer, wir sind hier in unserer neu erbauten Coverall-Halle. Wir haben uns für diese Halle entschieden, allein aus der Tatsache heraus, dass wir fast 90% des Tageslichtes hier in diese Halle hineinbekommen, was mit keiner anderen Halle ansonsten möglich ist. Hinzu kommt, optimale klimatisierte Verhältnisse auch im Hochsommer. Wir können unsere Pferde entsprechend auch in der Mittagshitze trainieren, haben optimale Verhältnisse hier. Ein Novum, wir haben diese Halle ausgestattet mit einem Pferdestall angebaut an die Coverall-Halle. Dieses ist einmalig auf der Welt. Wir haben hier zehn Boxen integriert. Jede Box hat entsprechende Ausläufe mit Paddock und die Pferde können dort hier in dieser Halle entsprechend am Tagesgeschehen teilnehmen, haben das Umfeld von draußen, sodass wir sehr ruhige und ausgeglichene Pferde haben. Die Halle ist so ausgestattet, dass wir hier optimale Rainingböden haben. Wir haben also die Westernreizszene hier vor Ort und wollen dieses auch weiterhin ausbauen. Vielen Dank. Vielen Dank.